So, nächste Aufnahme läuft. Tini, kommst du mal zu mir? Da ist sie ja schon. So, das war ja der Unterwasser Tempel, ich war hier noch nie drin, da sind dann diese komischen Viecher oder wie, diese komischen, wo dieser gesagt hat, da darf ich nicht rein, da sterbe jetzt darfst du rein, das ist alles sicher, genau, so, sieht gut aus, gefällt mir, 1a. Hat bestimmt lange gedauert, das alles zu bauen. Ja, gehen wir, okay, ne, Soraya baut mir jetzt die Kuppel oben bei mir noch. Aha. Das hat selber Kuppert so super gemacht. Da oben hier, äh. Ja, ne, gut, hochfliegen kann ich jetzt nicht, ne. Die Ecke hier oben hat Soraya alles gemacht und die kleine Kuppel Ecke hier, das war mein Versuch. Ja. Ja. Und den Kirschbaum hab ich selber gebaut. Ja, das sieht gut aus. Selber. Was ist das für ein Baum eigentlich? Welcher? Ist das die Kirsche, oder? Das hier, ja. Achso. Ja, ich selber gemacht. So, was meinst, hat McDonalds schon geöffnet? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie spät ist denn das? Halb zwölf. Ja, meinst du eigentlich schon, ne? Na, dann teleportieren wir uns mal dahin, zu McDonalds. Muss ich schnell mal raussuchen. Öffnet um 11.30 Uhr. Da ist 11.33 Uhr. Genau. Hallo. Hallo, Tuke. Na dann, mal gucken. Na, ich bin grad beim Aldi. Du bist beim Aldi? Du bist beim Aldi, ja. Du bist beim Aldi, ja. Musst du noch schnell. Ich bin gar kein Brot. Was ist denn das hier? Was denn? Das mit einem Mob-Museum. Kannst mal die Treppe runtergehen. Ein Mob-Museum? Wie komm ich denn da rein? Oh, die sind ja so eingesperrt. Wie kommt man denn in das Mob-Museum? Ach, hier. Durch die Tür. Ja. Die haben ja so wenig Platz. Hier musst du ausleuchten. Ja, mach ich doch. Oh, die haben ja alle so wenig Platz. Eine Kuh. Aber ich find das mit der Kuh am witzigsten. Wieso steht der Gole im Kopf? Weil der auf den Kopf gefallen ist. Ach, du Jammer. So komm jetzt, hab Hunger. Du weißt nicht raus, wenn sie Hunger haben. Ja, ich auch. Ja. Die werden zu Diva. Ja. Ich komm hier nicht raus. Warum komm ich... Ach so, jetzt. Du bist zu dick. Ich bin zu dick, ja. Deswegen geh ich jetzt zu McDonalds. Genau. Ich glaub, da gibt's nur einen Salat für dich. Ja, wir gucken mal. Es gibt gar keinen Salat. Siehste? Guck mal, hier ist der McDrive. Oh, wir haben kein Auto bei. Nö. Aber es gibt Sweetberries und es gibt Melode. Komm, wir suchen erstmal den Eingang. Der ist hier. Schön, schön. Willkommen bei McDonalds. Ihr Wohlstellung, bitte. Gut den Tag. Nein, warte, das war's dick. Oh. Ach so, die Angebotstafel, die Angebotstafel muss überarbeitet werden. Das ist ganz schnell nochmal. Bestimmt ein Azubi, weißt du? Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Praktikant. Das dauert mir aber zu lange hier. Wo sind ihr Geschäftsführer hier? Ich bin der Geschäftsführer. Ich arbeite alleine. Ach so. Komm bei McDonalds, die Wohlstellung, bitte. Ich hätte gerne einmal Hähnchen-Nuggets. Kommen Sie auf die Speiseliste. Ja, okay. Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Dann hätte ich gerne... Sechster, 12er oder 20er Pack? Nee, eine reicht. Nein, sechs. Dann hätte ich... Na gut, sechs. Dann hätte ich gern Cookie und ein Möhrchen. Du musst aufpassen, wenn du auf die Toilette gehst, Tine, weil ich bin letztens auch schon auf die Frauentoilette gegangen. Oh, weia. Ja, naja, je nachdem, wie man spielt, ne? Zwei Diamanten. Das ist heutzutage... Was? Hast du Diamanten mit? Ich habe kein Geld mit. Ja, ja, komm, ich lade dich weit ein. Das ist nett. Dann bitte sag mal. Und Sie essen bitte zuerst das Gesunde, danach die Chicken Nuggets und danach bitte die Cookie. Ach, ich muss das so essen, so wie McDonalds mir das vorschreibt, ja? Ja. Ja. Ach so. Weil wegen dem Cookie war das sehr der Nachttisch. Ah, okay. Okay, jetzt kannst du die jetzt bitte. Ja, ich bin neu. Ich habe doch noch gar nicht bestellt. Ich bin doch auch erst noch bestellt. Weißt du? Ja, ich hätte gerne eine Pfand, da? Ja. Okay, wait a minute. Ja. Jetzt muss er selber erstmal gucken, ob er das im Angebot hat. Ja, ja. Schreibt dann. Was hast du kopiert? Was noch? Und ein Kuchen bitte. Zuerst, zuerst sie... Ach, echt gerne. Du machst uns eine kopierte Fanta? Das macht bitte einmal drei Dias insgesamt. Bitte schön. Danke. Kommt Sie her, alter Herr. War? Alter Herr? Ich glaube, ich habe ja irgendwo vor Ort. Ja, komm Sie hinter ihr. Ich habe gar keinen Platz im Inventar. Weißt du was? Ja. Ich habe drei Dias bezahlt und habe drei Dias wiederbekommen. Haha, sag ihm das aber nicht. Die alte Dame... Lass uns schnell losgehen. Ja, ja. Wir essen unterwegs. Tschüss. Die alte Dame, leiden Sie es bitte hier. Das muss so. Nein. Nein. Wir gehen jetzt. Wir haben To-Go bestellt. Wir haben To-Go bestellt. Genau. Hey. Hey. Nein. Hallo. Tschüss McDonalds. Tschüss McDonalds. Tschüss McDonalds. Tschüss McDonalds. Tschüss McDonalds. reso stepfako bestellt. Motprechen, Frage skype Marco anal Richard gran, Vielen Dank.